Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Street Fighter Ultra 4 Street Fighter mit dem Fletty. Ultra 4 Street Fletty Klaus Feiter, yo man, hallo. Wunderschönen guten Tag. So, jetzt gibt's aufs Maul. Gucken wir mal. Also gibt's auf jeden Fall, die Frage ist für wen? Ich hab immer noch nicht so den Charakter von mich entdeckt. Ja, ich auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Ich nehm aber jetzt mal wen. Ich nehm jetzt mal, ich nehm mal... So, aufs Maul und so. Oh, geil. Ja, geil. Gegen DJ. Heißt der DJ oder DJ? Der heißt DJ. DJ. So, komm, ich mach mal, ich mach einfach random, oder? Stage. Ist auch eigentlich vollkommen egal, oder? Oder sind die Level interaktiv? Nein. Okay, na gut. Dann ist doch eh egal. Street Fighter beschränkt sich aufs Maulhauen. Ja, ist halt ein Schallspiel, ne? Deine Mutter. It's Showtime! Woo, yeah, jetzt gibt's... Alter, was für Zähne! Krass, oder? Ey, krasser Typ. Was für Arme! Und ich sage, ich zitiere hier, Mr. Miyagi, ein Stein schlägt nie zurück. Ein Fasselding ist auch nicht. So, was kann meiner denn? Der kann sowas. Okay, ja. Ich bin schon wieder mega heppelig, weil ich nicht weiß, was ich hier drücken soll, um hier irgendwie ranzukommen. Oh. Wow. Lol. Hallo. Okay. War auf damit. Alter, war auf damit, ich sag's dir. Es ist mega ulkig, dass ich hier nichts machen kann, wenn der Typ hier mit uns spielt. Es ist so lächerlich. Ich bin so mega verloren, wenn ich mit ihm spiele. Mit wem? Mit dir. Was denn? Ein Kabel hängt mir hier zwischen der Beine. Ist das schlimm? Nein. Ich denke nicht. Fantastisch, zeig mir diesen Einwurf nochmal. Juhu! Komm, bereit. Oh, ich muss stumpf schalten, ne? Alles egal. Hast du doch schon, oder nicht? Oder hörst du mir gar nicht? Ja, vor allem, nö. Einmal reicht mir. Okay, das letzte mit Vega so fantastisch verloren habe, werde ich mich jetzt nochmal nehmen und die Ehre von Vega retten. Pass auf, meine Freunde. Boah, wen hast du denn da schon wieder genommen? Irgend so eine komische Serie. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ich bin random, ne? Wir machen wieder best of five, ne? 1 zu 0 für mich. East Asia, Desert Tempo. First Time hat er vielleicht die genommen und ich hab Ultra Combo Double. Whatever. Und ich hab keine Ahnung, wie man die auslöst. Ich auch nicht. Doch, klar. Ah ne, ahne, ahne, die hab ich noch gar nicht gespielt. Ja gut, dann los. Oh ja. Erstmal erst mal Telefon nehmen. Ja, Schatz, ich komme später. Ich muss hier erstmal einen Typen auf die Fresse hauen. Sind Sie bereit? Are you ready? Hauptsache Titten wackeln. Das ist wieder wichtig. Aua hey. Oh, das war schon. Ich muss nochmal machen. Hey, schau auf. Schau auf. Ja. 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 Ja, ich muss erstmal überlegen. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Ja. Ja, auf der Seite bin ich besser. Es ist so behindert, dass ich nichts machen kann. Das ist zum Kotzen. So, Ehre von Vega wieder hergestellt. Boah. Vega Wind. Guck mal, Defensive A. Defensive Offensive A. Technik B. B. Technik D. B. Wie Bertha. Wie Busenfreund. So, ich bin bereit. Ja, ja. So, steht 2 zu 0 für mich fertig. Du musst jetzt irgendwie aufhören. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Komm, laber nicht. Ich soll, nimm den Gegner und dann ist gut. Jetzt L. Ich nehme mal einen, den ich überhaupt nicht kenne. Ich nehme auch einen, den ich noch gar nicht kenne. Das ist nicht schwer, denn ich kenne keinen. Oster die oben rechts. Die war echt cool. Pass auf, ich nehme jetzt mal. Die Capoeira Tante. Ich nehme jetzt mal den, den du gerade hattest, wo du gesagt hast, der kann nichts machen. Habe ich gar nicht gesagt. Ja, wo du gesagt hast, du kannst nichts machen. Ich habe gesagt, ich kann nichts machen, weil du mich nicht machen lassen hast. So, ich nehme wieder random, ne? Ja. Beautiful Bang. Oh, oh, der, der ist Kraft, den du hast. Ja, cool. Bringt mir gar nichts, weil ich mit dem umgehen kann. Ja, erstmal Fässer weghauen. Juhu. Er, wer ist er denn? Wer ist er denn? Also, wenn man den der Herbst ist, auf den Verschatz. Nicht angreifen, nicht angreifen. Ich will mir den mal kurz an. Was war das denn? Alter. Der wackelt ja richtig. Hallo, was, was, was ist das? Was sind das für Attacken hier? Weiß ich nicht. Ey, hör auf. Iiii. Ist klar. So, was, was, was kann der hier machen? Hallo? Hör auf damit. Mach was. Ey, wenn ich jetzt hier 3 zu 0 verliere, ne? Dann, 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 dann geh ich, äh, weg. Okay, was, was kann der sonst noch hier? Mega. Guck mal, der, der Klaus, ne? Der hat keine Ahnung von nichts und gewinnt trotzdem, weil ich, weil ich Mongo überhaupt nichts geschissen kriege. Mal hin hier. Alter, hör auf damit. Alter. Erstmal aufs Maul. Geh weg, du Schwabbel, verstehst du? Das ist kein Schwabbel, das ist nur mein Anzug. Was? Ey, hallo. Lauf damit. Ich hab ne Superkommo. Ja, was denn? Ich weiß aber nicht, wie man sie ausführt. Ich drücke alle Knöpfe wie wild und es passiert rein gar nichts, denn ich haue... 2-1. Rufus wins. Rufus wins. Alter, der hat ja mehr Titten als meine Nachbar kann. Achuuu. Offensive A, Defensive D, Technik C. Ja, das ist deine Schwachstelle. Deine Defensive ist einfach völlig für'n Arsch. Du rufst dich auf deinem Bauchspeck aus. Du hast mir... Oh, die nehm ich. Die sieht interessant aus, die ne... Oh, Pink? Ähm... Sogar mit Muster. Orange? Ne, Pink ist schon cool. Pass mal Pink. Ich, äh... Ja, Klaus, was machst du? Ich nehm irgendwen. Auch wieder jemand, den ich überhaupt nicht kenne. Ist jetzt wieder Seitenverkehrt, ne? Oh, echt? Oh. Oh, da musst du schon gewinnen. Sollen wir Seiten wechseln? Jetzt darf ich mich nicht auswählen. Training Stage? Super. Hast du gut ausgewählt. Ich dachte, ich hab random ausgewählt. Okay. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ja gut, da ist die Training Stage halt mit drin. Oh, ne? Oh, lecker. Aha, aha, aha. Die ist aber nicht unlecker. Wer ist das denn? Das ist Iron Man? Das ist die Schwester von Mega Man? Aha. Aha, aha, ja, aha, ja. Ist jetzt schon scheiße, ja. Uh, 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 uh. So, was kann ich denn? Aha. Aha. Ja, scheiße. Ja, was soll denn das? Warum machst du denn sowas? Hör mal auf damit. Weil sie es kann. Oh, was war das denn? Der, 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 der war cool. Alter. Geh jetzt weg, ich sag's dir. Süpp, 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 süpp. Alter. Alter, das ist so, das ist so lächerlich, man. Wie ich einfach nicht rankomme und nichts kann. Alter, guck mal dein Kraftball. Ich kann von wegen alles. Was? Ach so. Ach stimmt, ich bin ja rechts, ne? Ja. Entschuldigung. Habe ich wohl verwechselt. Guck mal, ich habe eine Krawatte. Die sieht aus wie gemalt. Hä, er guckt auf seine Krawatte und ich... Ich kotze hier im Strahl, wenn ich nicht rankomme und nichts machen kann. Was meint ihr vielleicht? Wisst ihr das? Weiß ich nicht. Guck mal, ich greife dich mit meinem Fuß, hast du gesehen? Ja, ist egal. K.O. Ist so behindert. Ja, da hat sie Kopfschmerzen, ne? Ja. Offensichtlich, ja. Ja, Flatti, es tut mir sehr leid, ne? Dazu noch ein Ausgelöscht. Ja, dir tut gar nichts leid, weißt du? Doch, das tut mir wirklich leid. Du suchst dir immer nur Spiele aus, die wir jetzt playen, wo du immer nur gewinnst. Weil es einfach typisch für deinen Charakter ist, dass du mich immer in der Öffentlichkeit demütigen musst. Dann drück, drück bereit, wir machen noch mal eine Revanche wie beim letzten Mal. So. Und ich mach die Augen zu und wähle einfach irgendwie to- das mit dem stoffer sogar ich werde hier so nahe ich hab selbst was ich muss irgendwas kleidung auswählen ich nehme alternative 3 provozieren ja kommentar ohne witz macht doch jetzt endlich mal klaus so das habe ich auch noch nie gespielt ja klar ich habe natürlich wieder den gegner hier den ich muss doch irgendwie irgendwas machen ich habe schuhgröße 77 1518 genau das ist ja allerdings wie sieht er denn aus hast du das kostüm geändert ok ja das kann das kann man sonst noch ohne witz ohne witz man ich komme einfach nicht ran ich komme nicht ran da kannst du machen was du willst du musst auch nicht nur nach vorne leuten und was schlagen du musst auch etwas schlagen ohne witz hast du es gerade gesagt es ist so so lächerlich wie ich überhaupt nicht rankomme was denn ich ziehe ich doch extra rangen wir mich demütig ihr mich lächerlich macht diese ganzen farbigen bänder da hast du die eigentlich beim letzten cocktail haben bekommen weißt du weißt du klaus ganz ehrlich mir geht deine überhebliche art richtig auf den zeiger so richtig und ich werde diese folge klaus überheblichkeitsproblem nennen ich hab da aber auch kein problem so ich habe so Untertitelung. BR 2018